BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Ich war vor fünf Jahren hier das erste Mal im Signal Iduna Park und da ging es eben auch 3-0 für den BVB aus. Damals noch Barrios zwei Tore und Rangelov, glaube ich. Und jetzt selber auf dem Platz zu stehen und die drei Punkte zu erkämpfen, eben mit demselben Ergebnis, ist natürlich ein super Gefühl. Wir haben nun 뭐� Ihritor gaffende Fragen von der Virgen und ja außerirdisch im www.lern lieber von klein be Start